Oh, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Let's miss something with adventure 2. Ganz genau. Im letzten Podcast haben wir die Hero Story erfolgreich abgeschlossen. Und nun geht's los mit der Dark Story. Version 1. Intruder alert, intruder alert, security breach at gate 3. Intruder is located in the north quadrant and is moving in the direction of the underground base. All units prepare to engage. Emergency battle formations. Standard battle procedures initiated. Locate and stop the intruder from entering security area. This is not a drill. We repeat, this is not a drill. Ha 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 ha. That was all. Let's get a look at what my grandfather was working on. A top secret military weapon. The military shut down the research because they feared it. Oh yeah. Iron Gate mit Eggman. Assume Level 1 defense for me. An sich für das Spiel mit Eggman und sein Gameplay ist retailed. So wie für ihn groß. Oh yeah. So wie für ihn großartig. 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 So wie für ihn soll. Lassen wir mal das vor einem R нос undื pesen. You've got to see was the point works. You're not afraid. Yeah. wallet Y-able Oh nein, wie schlimm. Ich bin für euch keine Situation mehr hier. Okay. Das nenne ich mal einen. Was? Hallo? Das nenne ich einen. Oh nein. Oh nein. Ich bin mal hoch. Okay, die Tür oben hat er denn. Oh Gott. Ich bin gesichert, dass er nicht hier. Oh. 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 Yep. Das getan. Ich bin mal weg. Oh, ich bin mal weg. Oh. Ich bin mal bei. Das sind ja tolle Wachen, die lassen mich einfach vorbei. Oha, die können wir nicht so einverlegen. Aha, perfekt. Was ist das Ziel? Josch! 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 Das war nicht so schwierig. Ich bin begeistert. Sehr begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Es ist viel kleiner als ich erwartet. Entschneidenz Daten. Entschneidenz Passwort. Passwort ist Maria. 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 Now all I have to do is to place the Chaos Emerald into this console. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Bye. Is that you, Sonic? Are you trying to spoil my plans again? Wait a minute. You're not Sonic. This is impossible. mein Name ist Shadow since you were so kind to release me my master I will grant you one wish NOW! WHAT? behold the true power I possess oh ha Shadow is free this is the destroyerian troops hotshot enemy movement has been detected in route to intercept and destroy and then we will see I'm playing with Shadow I am I am I am I am oh yeah oh yeah oh take this oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, ok, das hat jetzt die Roboter erledigt, jetzt habe ich diese Schildkröte gerettet. Achso, und mit der... Ah, mit der Schildkröte komme ich zu anderen Bereichen. Hier hat die eure Schildkröte gemacht. Das ist gut, Oma Charo, ich weiß es, dich nur berühr. Unter den Steingeschichtswohnungen. Steingesichtswohnungen. Steingesichtswohnungen. Aha, befunden. Es muss sich näher sein. Das hat ja gar nicht mehr so lange gedauert. Ich bin schade, dass ich mich ein Hunter kenne. Aber immer lange hin. Also ich schneide. So. Sand Ocean. So. 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 Also der re-Sync-Pony ist angehört und oh mein Gott da war ja Crash Forty sogar dabei und ich liebe Crash Forty, das ist alles kaputt, mega cool, aber mega cool auch der neuen Trailer für Sonic Front is the CPS A9, sieht sehr nice aus, ich hoffe auf Banger Musik, ich Crash Forty, Crash Holen, Patrick, lass mal vor, er lernt win und dann Crash Forty noch mit dazu Das wäre dann easy Eggman stimmt zu Ich bin die Eggman Ich bin die Eggman Ich bin die Eggman, ich bin die Eggman Ich bin die Eggman Okay, ein bisschen platforming Das ist alles Treibsand. Ganz Basis liegt er in der Pyramide. Ja, dann sind wir doch schon ganz schön bei, möchte ich mal sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Sonic Frontiers DLC und Stauly DLC, oder Sonic Superstars. Mal schauen, dass das anders wird. Ich kann euch aber nicht sagen, wann wir Frontiers machen werden. Ich habe vor oder vor noch Generations Colors Licht. Und ja, so manche 2D-Songnecks noch zu bringen. Also seid gespannt, bevor wir Frontiers machen. Frontiers machen wir dann nämlich mit allen DLCs direkt. Dann gehen wir zuerst, wenn die alle draußen sind. Ach, wenn wir nah an einem Gegner stehen, dann fängt man an, den zu boxen. Ah, was ist denn? Okay. Dann haben wir auch noch Bono-Bonus-Stats. Ich dachte, das wäre notwendig. Das ist ein Tierchen. Er rettet ein Tierchen. Er hat hier irgendwas Größeres. Ich würde so fassen können. Ich habe ihn kurz in der Wand festgesteckt. Ich würde so ein bisschen rollen. Ein bisschen rollen. Ah, wir haben uns endlich geprüft. Wow! Hat sein Sprung nicht ausgereicht? Oh nein! Was wieder von hier aus? Abbomben! Oh, nicht! Ich bin... Kommt so weit, der Maxine-Ficker auch nicht. Oh nein! Ah, der hat ihn jetzt geboxt! Ah, komm ich da jetzt nicht hoch? Ah ja! Ah, der hat er wirklich so hochgegangen. Genau. Super, schon wieder da, richtig. So, dann warten wir hier mal. Genau. Das wird extra so ne Wanders beginnen. Ähm, das ist noch mal so ein komisches Flugtierchen. Was passiert, wenn ich das mal einem Schau gebe? Hm, das würde mich ja schon interessieren. Natürlich sterbe ich direkt vom Checkpoint, was habt ihr denn erwartet? Ja, das war's. Ah, ich sehe. Und I'm Maidoss Oh mein Gott, das ist so Wente Ich bin ein Potter-Banger-Musik zu Singen Was soll das? Ah, hey Und da haben wir das Ziel. Josch! Josch! Ich liebe es. Das war zu nahe. Es war klar, dass ich jetzt gleich sowas kriege. Ich bin ja einmal hier gestorben. Naja. Mit der Chaos Emerald in der Space Colony Arc. Hm. Ich muss genau wissen, was da passiert. Die Chaos Emerald? Ja. 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 Sayonara, Shadow, the Hedgehog. Ich will noch nie vergessen, was ich noch nicht mehr vermitteln will. Für die Menschen dieses Klan, ich habe dich geholfen. Revenge! Ehe der Part zu lange wird, das machen wir im nächsten Part. Also schaltet mir einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und meinen lieben die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.